Er ist im Einkaufszentrum. Er hat den Chancen. Lass die, Lass die hat den Chancen. Die Waffen nutzen. Ja. Einkaufszentrum auch noch? Ja. Also geradeaus. Ich schaff hier an. Noch mal weiter rein, jetzt ist er fast beim Ammonation. Er rennt weg. Jetzt rechts. Das ist er direkt beim Ammonation. Lass die Ammonation schlafen runter Richtung Süden. Okay. Lass die Waffen-Nutzung Richtung Osten unterwegs. Fahre weiter geradeaus. Ach schon. Der fährt parallel zu uns. Ah verdammt. Das heißt. 24-7 ist er jetzt. Er fährt Richtung links. Er fährt weiter Richtung Süden. Mhm. Osten meinst du? Süden. Jetzt ist er am Noob spawn. Jetzt fährt er nämlich wieder mit. Nee. Vorbeigerungen. Jetzt ist er am Noob spawn. Richtung. Er fährt parallel mit uns. Also jetzt ist er am KB direkt vom KB. Ich hab kein KB. Ja wir auch. Soll man nach oben Richtung Osten? Nee er ist direkt vom KB lang. Der läuft nach oben. Der läuft nach oben. Und raus. Und jetzt wieder neben. Willst du jetzt schon Weigerungen geben? Er springt wieder runter. Er springt wieder runter. Vor dem Krankenhaus. Warte er hat Waffen. Er fährt wieder in die Richtung gleich. Achso. Na ja dann. Vor hinten noch einmal. Er ist direkt im Noob spawn. Warte ich noch einmal. Erst fährt er weiter parallel zu uns. Ja. Black ist hier so. Genau da kommt er gleich raus. Läuft er. Ey stopp. Da muss er jetzt kommen. Alter lass sie schießen. Lass sie schießen. Voll stressig. Weil er labert. Du nicht laberst. Und du laberst. Und er fragt mich dann lieber nochmal. Weihawk. Weihawk. Komm wir helfen. Wir helfen. Wir helfen. Ey. Die Legs kommen wieder wenn du in eine Richtung guckst. Mann scheiße auf die Legs kurz. Wichtigste. Er ist wieder vor dem PD. Er ist vor dem PD. Oh Mann. Ja. Der Motorradfahrer. Lukas. Ja. Der ist halt auf dem Bike. Der ist vor dem Flexivo. Ey ich hab. Ja. Ich hab keine Ninks mehr dabei. Ich hab keine Ninks mehr dabei. Ich weiß. Wo ist der Dings. Klient weg. Auf der Seite. Wir machen jetzt nochmal. Er ist östlich. Äh westlich vom Nutzbau. Ob man hier alles schafft soll. Damit wir immer vorne fahren können. Dann rein. Okay los geht's. Ja. Er ist genau am Shop. Warte um steck doch einen. Ich schuld doch welche unten. Jetzt kommt er wieder hier lang. Links. Links. Ja warte ich komm runter. Soja ich seh euch. Ich seh euch. Seid dran. Seid ihr rechts oder links lang gefahren? Hab ich gesehen. Circle um Market. Um Commerce Money. Kehrt Richtung Westen. Oh jetzt ist ja eine Kanalisation. Ja. Er ist ab. Hey Jungs. Wo genau. Alter. Sorry Leute. Boah. Jungs wo genau. Ich nehme Taser. Alter was macht ihr. Mani. Was macht ihr denn da jetzt. In welche Richtung. In welche Richtung. In welche Richtung. In welche Richtung. Wir sind hier mit 500.000 Leuten. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Guck das hat geklappt. Ich hab's. Schuss benutzt. Und da kommt der. Ja ich wollte. Nach esperando. Wenn er jetzt. Wie ist das. Von welchen. Ich hab's. Schönen, ich hab's. Nochmal wegfahren. Ich hab's. Da schon wieder. Und da ist andere Richtung. Hier kommt man nicht raus. Woche gesagt. 沒 ordentlich. Alter. Ja alter. Alter. Alle haben sich hier. Gegenseitig weg irgendwie. Alter. wieso tust du dass das motor einfach ausmachen wie soll ich seinen motor ausmachen star wars wo seid ihr hin klassen gerade ein so hätte ich da oben ich habe ja von mal kommen herunter siehst du klappt doch ohne schuss klappt das immer nicht ja du musst sie halt nur richtung haben wir auch gemacht wir haben auch die ganze zeit verfolgt ans wasser gefahren haben wir boote und helikopter angefordert trotzdem die leckse wenn du in eine richtung guckst wie das strobe ich habe das nicht das ist weil du hast f4 so oft geöffnet wackel mal deine kamera richtig schnell ja das ist reconnecten dann f4 ja dann guck dir das mal an das ist der monocomüter oder was mhm f4 doch was landet ihr einfach hier mit dem helikopter ist er geistig behindert ich komme auf die straßen konnte vor das vor die fahrschule der geistig behindert soll er einmal in die luft kommen alter da komme ich aber vorbei luka kann ich euch mitfahren ja kann ich mitfahren als strobe kann ich das durchspawnen oder so also 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 All right, das war.